Ja okay, das war mir klar, dass das nicht wird. Alter, äh, äh, das... Slalom, ne? So, la, 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 und la, ne? Ja, nur ohne Crash halten. Also wollten die das doch. Hä? Jackson hat gerade... Alter, was? Hä? Ich gucke mal das Video und dann sehe ich ja wieder, wie das man will. Also so, ja, so, ja, so. Oh. Okay, verstehe. Eiskalt Oh Fail Oh Gott Nein Jetzt kann ich es gleich wieder vergessen Gar nichts Normal Das war da ganz gut 4,3,2 Ja Wow, neuer Rekord Ich bin gut Ich bin immer besser Oh mein Gott Die Zeit 3,2,1 Ja man Endlich Der 90er Leck mich doch Heftig Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Boah Oh guck mal Sehr schön Wheelie Slalom Verarsch mich Ich bin immer mehr Heftig Heftig Oh, das war schon nice Was? Wart mal Junge Ich bin immer mehr Tut mir leid Es ist aber nicht einfach Einfach So was Oh Gott Ey Ich bin richtig Aber nicht Am Ziel Ey Okay jetzt Nein Nein Auch nicht Irgendwie Geht noch nicht Ganz raus Ich war schon drinne man Ja Nein Nein Okay Ich mach dieses Ja Muss ich erst mal lernen Ey Fett Ja so ungefähr Ach wunderschön Nicht ein Kratzer Abdringenmanöver Hihihi Ey Das Kind Lustig werden Was? Richtig Ja also Sag ich doch Ali's Hub Das war mir klar Wow Okay Fail Oh Ein Ass Ey Nein Noch nicht ganz Hallo Das war ein Stunt Ey Der hat gezählt Wie sieht man so aus Ist ja schön Ah wunderbar Voll Stoff Durch die City Fahr auf die noch andere Scheiter Schon wieder zu Ohne lang zu bestätigen Ziel Okay Okay Das krieg mal hin Ich verschädige den Wagen nie im Leben Ich verschädige den Wagen nie im Leben Das ist ja auch so zu drifts Ne das ist ja irgendwo Oh wow Habe ich jetzt geschafft? Nein War ich zu langsam oder was? Kann nicht sein Ich war doch nicht zu langsam Oder? Ich weiß nicht so genau Will ich es auch gar nicht wissen Wahrscheinlich war ich zu lahm Bin angehalten oder sowas Ist der Weg Oh Hier ist es gerade zumindest Ist aber zu fahren Okay Hier geht es ja noch Oh nicht ein Kratzer Na klar man Das ist nicht fett Ja man So ist nice Richtig ist die Karre beschädigend So ich da jetzt wieder hochkommen So ich würde mal sagen Ich hätte bestanden Nein Nein Schließlich hab's nicht geschafft Ja Ja Viel zu reden kann ich gerade nicht Weil ich mich assozial konzentrieren muss Dass ich nicht einen Kratzer abbekomme Deswegen achtet immer auf die Straßen Was ich auch mache Okay im Moment läuft alles ziemlich gewagt Oh der war schön Der war Verdammt Jetzt ist der gedriftet Ich hasse Driften Leute Das ist das Schlimmste was euch je passieren kann Hinterkurve Oder bei genau solcher Fahrschule ey Das ist total fett Das sage ich euch Alles Gute ist nach ein paar mal üben hier Kann man es dann auch irgendwann üben Natürlich Oh leck mich doch ey Das ist doch Ey ich hab mich mal ein Kratzerbar verbrochen Okay Oh nein Es war hier wieder so Oh der war nice Oh der war knapp Kann man aus dem Parkgarage auch nicht sagen Nimm die Frau doch mit ey Oh nein Jetzt bin ich da ausgerust Wegen der blöden Frau Weil ich noch mehr unter dem Reifen klemmte Also der Kopf war da noch darunter Und ja Das hat dann halt jetzt gedriftet Dann noch ein bisschen Das würde ich sagen So Sah aber schon episch aus Oh diesmal fahren wir immer eine andere Fahrbahn Anscheinend haben wir eine Menge Autos auf Lager Menge Unzerstörte Autos Ja Hätte ich so genannt Oh mein Gott Wuhu Ein gelbes Auto Naja Gelb ist jetzt nicht meine Lieblingsfahrbahn Aber sie ist ganz interessant Ja interessant Nein Oh mein Gott Ich muss keinen Fehler machen Nein 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 Ich fahr noch Was ist das denn für eine Prüfung ey Ist die letzte Prüfung hoffentlich mal Alter Sauber machen sie Oh nein 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 dieou Nein 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 Das muss man aber man muss bestehen ja geschafft mission erfüllt fachskill plus das war schön gut bei set gibt es missionen ich würde sagen die machen wir mal sofort also dann ab dafür hey gib mal hier das auto ein sol es ist der klang hat so komisch nein 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 nicht mit mir nur weil ich kurz jemanden verschlagen habe also bitte ich nehme die abkürzung ich muss kaufen 30.000 wirklich muss ich das kaufen das möchte ich mir sogar kaufen damit ich hier weitermachen kann oder irre ich mich da jetzt gerade und wo können wir gut geld kriegen ich jetzt ich gehe einfach 30.000 hat man geld nicht irgendwie sparen so nach banken oder so geht das nicht ich guck mal nach unserem kleinen beton machen wo ist er denn da kann man bestimmt geld verdienen ich probiere es jetzt einfach mal nochmal das weiß ich was das war ich jetzt mal und gehe jetzt mal hier rein vielleicht kann man ja was machen foto opportunity hatten wir das nicht mal ja 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 hatten wir doch schon ja ach das war ja das bis das auto explodierte das mache ich jetzt einfach mal wieder ey wir sehen uns gleich wieder bei sisa bis gleich ja ich steige aufs dach ich steige aufs dach ich habe aber leider nichts ja ich steige aufs dach äh wo ist das dach dach ist hier da muss ich noch höher aufs dach ich bin jetzt muss ich hin ah ok glück ist jeder zielperson aber mach so schnell und so nah wie möglich ran was sind sie denn ser also im junger is sie